Wir starten unsere Blu-Ray-Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche bei Pritz Media und einigen Mediabook-Veröffentlichungen, die für diese und auch nächste Woche angekündigt wurden. Wir kennen das von Ike Media und auch von Nameless, dass die teilweise sogar früher ausgeliefert werden. Deswegen habe ich das Ganze jetzt hier so gebündelt zusammengefasst und dass wir das abgehandelt haben. Wer weiß, was in der letzten Woche des Jahres noch passiert und da haben wir diese Themen zumindest schon mal besprochen gehabt. Wir haben hier Legacy of Rage-Born Hero mit Brandon Lee in drei verschiedenen Cover-Varianten. Die sind aktuell noch verfügbar bei Pritz Media. Dann haben wir Nico mit Steven Seagal, einer meiner Lieblingsfilme mit ihm. Für viele sogar der beste Film mit Steven Seagal. Also mir taugt er auch richtig gut. Ich wollte mir definitiv mal dieses hier besorgen. Wir sehen es bei Pritz Media sind die Sachen leider hier schon ausverkauft. Genauso verhält es sich mit Silent Hill Double Feature. Ja, in diesen wattierten Mediabooks für 47,99 Euro. Auch das war ratzfatz weg. Dann haben wir noch Verstylist. Hier, den haben wir ja auch schon besprochen. Den Film mehrfach über diese Friseuse, die eben eine ganz besondere Methode hat, wenn sie ihre Kunden behandelt und sich ein Andenken von ihnen behält, bis dann plötzlich ihre Stammkundin auftaucht, die heiraten möchte und es dann zu weiteren Vorfällen kommt. Ja, sehr interessanter Film eigentlich. Hier vier verschiedene Mediabook-Cover-Varianten. Dann haben wir Tom Biru. Oh, wenn ich das jetzt wieder richtig ausgesprochen habe. Schwieriger Name. Ja, das ist auch so ein Actionfilm hier über diesen jungen Mann, der ein paar Fähigkeiten hat, die nicht so ganz gehorchen möchten. Da ein bisschen damit kämpft. Und als dann sein Vater ermordet wird, er Rache schwört. Ja, auch ein interessanter Film hier in drei verschiedenen Cover-Varianten. Dann haben wir noch Riddick. Ich denke, den dürften die meisten von uns kennen aus der Film-Community. Da brauchen wir auch keine großen Worte mehr verlieren. Sinistrange veröffentlicht auch diesen Film mit Vin Diesel in vier verschiedenen Cover-Varianten plus eine wartierte Cover-Variante, die dann 44,99 Euro kostet. Das kennen wir ja bereits von den vorherigen Veröffentlichungen. Ich muss sagen, die Vorschaubilder sehen teilweise qualitativ jetzt nicht besonders gut aus. Weiß nicht, das soll ja ein Aushängeschild sein, damit man das kauft. Aber mich animiert das jetzt wirklich nicht zum Kauf. Schreckt eher ab. Genauso verhält es sich mit Wild at Hot, mit Nicolas Cage. Ja, wo er mit seiner Freundin hier auf der Flucht ist vor ein paar Gangstern, Mördern und natürlich auch Detektiven und Polizisten. Da haben wir auch vier verschiedene normale Standard-Media-Book-Cover-Varianten und dann auch eine wartierte für 44,99 Euro. Vorhin waren wir noch Wild at Heart. Jetzt kommt Wild Card raus mit Jason Statham in drei verschiedenen, vier verschiedenen Media-Book-Cover-Varianten, wie ich hier sehe. Die sind preislich sehr unterschiedlich. Klar, in diversen Shops muss man einfach mal gucken, ob es die da noch gibt und dann vielleicht günstiger. Hier diese Media-Book-Cover-Variante D auf 111 Exemplare ist schon ausverkauft. Ist wie so eine Karte hier gemacht. Ja, das geht. Zuletzt hatte ich ja mir ein paar Media-Books besorgt von JB Entertainment und muss sagen, mich hat die Qualität nicht überzeugt. Deswegen werde ich die Filme, die ich schon habe von Jason Statham, hier definitiv nicht upgraden auf ein Media-Book. Dann haben wir noch, ebenfalls von JB Entertainment in China, Essen Sie Hunde. In zwei verschiedenen Cover-Varianten. Ja, sehr gestrahlter Film aus dem hohen Norden. Ja, steht ja hier auch drauf, dass Pulp Fiction sozusagen für Pulp Fiction-Fans mit sehr viel schwarzem Humor. Da muss man aber auch was übrig dafür haben, aber eigentlich schon fast ein Kult-Klassiker. Dann haben wir noch Dr. Detroit mit Dan Aykroyd in 1, 2, 3 verschiedenen Media-Book-Cover-Varianten. Preislich aber schon echt viel zu hoch für einen Standard-Media-Book ohne irgendwelche weiteren 4K, 9, was weiß ich was Sachen. Finde ich echt schon mehr als übertrieben. Dann noch für so einen alten Schinken, Dan Aykroyd spielt da so einen Möchtegern-Zuhälter, der von so einem Kleinkriminellen beauftragt wird, dessen Mutter ihn da in die Mangel genommen hat, warum er denn keine Kohle ranschafft und behauptet hat, ja der nimmt mir die ganze Kohle weg. Dann engagiert er ihn, sich eben als Zuhälter auszugeben und macht sich aus dem Staub. Aber Dan Aykroyd findet immer mehr Gefallen an seiner Rolle und den Medien. Lustiger Film ist aber schon ewig her, dass ich den mal gesehen habe. Also ich kann mich hier nur an diesen Titel erinnern. Und als ich vorhin die Inhaltsangabe gelesen habe, ach ja, da war mal was. Aber viel mehr ist da eigentlich nicht. Naja gut, wer es mag, ab dem 20. Dezember könnt ihr euch hier eben den Film im Media-Book nach Hause holen. Genauso verhält es sich mit Black Christmas. Macht ja Sinn hier, vor Weihnachten diesen Film noch zu veröffentlichen. Ich habe gehört, nämlich Media veröffentlicht den ja auch, haben wir ja besprochen gehabt. Allerdings dann im ersten Quartal 2022. Wie viel Sinn das macht einen Weihnachtsfilm im Januar dann zu veröffentlichen, weiß ich nicht. Aber die haben ja drei verschiedene Fassungen an Bord. Wer da warten mag, kann dies gerne tun und wer nicht, schlägt dann hier bei Infinity Pictures zu. Die Veröffentlichung scheint auch ganz duftet zu sein für 29,99 Euro. Dann haben wir Matrix im Premium-Steelbook in der Titans of Cult-Reihe 4K Ultra HD. Klicken wir mal auf dieses Bildchen hier drauf, da sehen wir, was uns alles hier erwartet. Wir sehen typisch für diese Reihe diesen Schuber eben dann ein exklusives Steelbook. Das haut mich jetzt leider nicht so vom Hocker. Und dann noch ein paar kleine Gimmicks mit am Start. Okay, wer es mag, 34,99 Euro beim Saturn. Dann haben wir noch Dune im Steelbook. Fast überall ausverkauft, wo man es gesehen hat. Egal ob Amazon, Saturn, Mediamarkt und was weiß ich was. JPC sind wir jetzt einfach hier. Wir gehen durch. Es gibt ein Standard-Steelbook, dann gibt es ein 3D- und 2D-Steelbook und dann gibt es auch noch ein 4K-Steelbook. Im Ausland gab es noch weitere Steelbooks mit teilweise deutscher Tonspur, zum Beispiel auf der 4K-Disc, dann nicht mehr auf der Blu-ray. Das hatten wir ja jetzt bereits, aber ich wollte es erwähnt haben. Dann haben wir noch Malignant im Steelbook, der neueste Streifen von James Wan. Wir wissen es, sehr geiler Regisseur, der immer wieder für Überraschungen gut ist. Und so soll es dann hier auch einen richtig geilen Twist geben in diesem Horror-Thriller sozusagen. Ich bin sehr gespannt auf den Film und wir sehen es, das Steelbook ist hier leider auch nicht mehr verfügbar, auch nicht mehr bei Amazon. Auch da muss man dann gucken, ob man eventuell noch was im Laden findet. Dann haben wir noch The Ice Road. Den Film habe ich euch bereits präsentiert im Steelbook in einem Unboxing plus eine Review auf meinem Kanal. Einfach mal auf meinem Kanal draufklicken, zu die Videos reingehen. Eines der letzten Videos ist da mit am Start und fand ich ganz okay jetzt für diese Jahreszeit. Es ist okay, auch wenn er natürlich kaum sich an irgendwelche physikalischen Gesetze oder Logik hält. Aber Liam Neeson geht immer und so ein cooler Thriller-Streifen im Winter des Past. Dann haben wir noch Mad Max Anthology und zwar die limitierte 4-Film-Steelbook-Collection für 114 Euro. Einen Tag vor Weihnachten soll sie rauskommen. Die hatten wir ja zuletzt auch sehr oft besprochen. Sehen eigentlich ganz cool aus, auch die Steelbooks. Und ich bin mal sicher, der eine oder andere von euch wird sich das hier zulegen und sich selbst beschenken vor Weihnachten. Genauso verhält es sich mit dem Monsterverse. Das limitierte 4-Film-Steelbook-Collection hier mit Godzilla, Godzilla 2, Skull Island und Godzilla vs. Kong. Schicke Box, der Preis, naja, okay, 4 Filme in 4K. Ja, aber vielleicht kann man da noch warten und es fällt im Preis. Es scheint jetzt hier nicht so die Nachfrage so groß gewesen zu sein, dass die überhaupt mal ausverkauft war in der Vorbestellerzeit. Und das ist eigentlich dann ein gutes Zeichen, dass danach doch der Preis fallen kann, wie zum Beispiel bei den Indiana Jones Steelbooks. Dann haben wir noch zu guter Letzt die Klapperschlange. Habe ich euch ja auch schon präsentiert auf meinem Kanal und auch was verlosen dürfen. Grüße und danke draus an Binnenblatt. Hier erscheint die Keepcase-Variante, der 4K Ultra HD und außerdem noch Grand Mars Boy in der Xmas Edition. Passend natürlich hier vor Weihnachten Liefertermin am 24.12. Das ist ein bisschen knapp, aber wer weiß, vielleicht wandelt der Film ja pünktlich bei dem einen oder anderen unter den Weihnachtsbaum. In diesem Sinne soll es das gewesen sein, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, macht es gut, bleibt gesund und Servus.